Sie sind jung und kriminell. Rund 4000 Jugendliche sitzen in Deutschland hinter Gittern. Vom Taschendieb bis zum Mörder. Im bundesweit modernsten Jugendknast warten sie auf ihre Freilassung. Manuel ist der Häftling mit dem schwersten Verbrechen. Er war 17, als er einen Mann umgebracht hat. Für 25 Euro Beute. Also ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Egal, was er gemacht hat. Natürlich auch im Mörder. Lukas ist Wiederholungstäter. Der 18-Jährige sitzt schon zum vierten Mal. Doch anstatt die Chance zu nutzen und eine Ausbildung zu machen, vertrödelt er die Zeit als Hofreiniger. Ja, das ist halt ein 14-Job. Das ist scheiße. Das kann man nicht doch nehmen. Der 18-Jährige Johnny hat die Freiheit schon vor Augen. Für den 88-fachen Intensivtäter kommt die Entlassung überraschend. Jetzt einfach Sachen packen alles, vom Telekom mit der machen. Und dann geht's. Das ist schon geil. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen. 6 Uhr morgens. Vor dem eigentlichen Gefängnis liegt ein separates Gebäude, der offene Vollzug. Die Jugendlichen leben hier in kleinen Wohngruppen zu viert oder fünft. Sie sind zwar immer noch Gefangene, aber die Regeln sind hier lockerer als im Knast gegenüber. Dafür müssen sich die Jugendlichen weitgehend selbst versorgen. Die Stimmung ist wie in einer normalen WG. Ob Spielkonsole oder Handy, hier ist das alles wieder erlaubt. Trotz Gittern vor den Fenstern. Florian ist 22 und kommt aus Weimar. Sein Gesamtstrafmaß ein Jahr und zehn Monate. Im offenen Vollzug wartet er jetzt auf die endgültige Freilassung. Das hofft auf Florians Zimmernachbar, der 18-jährige Lukas. Letzte Woche wurde er volljährig. Zuvor saß er drüben im geschlossenen Vollzug. Es ist bereits seine vierte Haftstrafe. Seit er strafmündig ist, hat er fast durchgängig gesessen. Mit Florian teilt er sich jetzt den Job als Hof- und Parkplatzreiniger. Denn er hat es bislang nicht geschafft, sich um einen richtigen Ausbildungsplatz draußen zu kümmern. Im geschlossenen Vollzug hatte Lukas einen Ausbildungsplatz in der Knastküche. Bis er dort rausflog, weil er ständig gegen die Hausordnung verstieß. Im offenen Vollzug gibt es weniger Regeln. Hier lernt er jetzt, selbstständig zu sein. Na ja, wir machen unser Frühstück, setzen wir uns hin, essen. Wir machen ungefähr eine halbe Stunde Pause. Ja, rauchen dann noch eine und all sonst noch. Ganz normal eigentlich. Früher war ich kein guter Junge. Ich habe Schule geschwänzt, gekifft. Dann irgendwann kam ich in die falschen Kreise, da habe ich dann Drogen verkauft. Dann kam es auf die schiefe Bahn, dann gab es da mal eine Schlägerei. Dann habe ich ein Auto gefunden, damit bin ich dann schwarz rumgefahren. Und jetzt dann bin ich eingefahren. Auto gefunden heißt eigentlich gestohlen. Auch sein Vater sitzt im Knast, seit neun Jahren, wegen versuchten Mordes. Darum ist Lukas bei seiner Mutter aufgewachsen. Dass auch ihr Sohn zum Straftäter wurde, war für sie ein Schock. Wie Lukas sitzen zur Zeit knapp 4000 Jugendliche in deutschen Gefängnissen. Etwa jeder zehnte davon im offenen Vollzug. Neben den 280 Plätzen im geschlossenen Vollzug, gibt es in der JSA Arnstadt dafür 20 Plätze. Eine Vollzugskonferenz aus Anstaltsmitarbeitern legt fest, ob und wie lange die Jugendlichen in den offenen Vollzug gehen. In der Regel bleiben sie zwischen vier Wochen und einem halben Jahr. Es ist eine Übergangsstation als Vorbereitung auf ein freies Leben. Darum sollen die Jugendlichen auch draußen eine Arbeit finden oder eine Ausbildung machen. Allerdings müssen sie sich selbst darum kümmern. Sonst haben sie, wie Lukas, nichts in der Hand, wenn sie rauskommen. Hinter den Knastmauern. Hafthaus 3, Zelle 039. Hier setzt Johnny seine Strafe ab. Der 18-Jährige ist Intensivtäter. Seine Akten füllen mehr als 80 Anklagen. Früher war Johnny abhängig von der synthetischen Droge Crystal Meth. Im Knast machte er den kalten Entzug. Trotzdem lässt ihn die Droge noch immer nicht los. Das nervt schon, dass man nicht an Drogen wirklich rankommt. Manchmal denkt man schon noch drüber nach, nochmal vielleicht EMA, dann hört man auf. Das nervt schon ein bisschen, vielleicht Alkohol, ja auch nicht schlecht. Aber geht ja alles nicht. Und noch etwas fehlt ihm hier im Knast. Seine große Liebe. Mit ihr hatte er sich sogar verlobt. Hinter Gittern. Das war ganz am Anfang seiner Haftzeit. Dann aber wurde der jungen Frau die Zeit ohne Johnny offenbar zu lang. Sie suchte sich einen anderen. Ich habe mit meiner Schwester telefoniert gehabt. Da habe ich dann erfahren, dass meine Ex-Verluft mir fremdgegangen ist. Da habe ich sie dann angerufen. Da war dann natürlich schon Schluss. Verständlich, weil es ist scheiße, sitzt man schon hier drin. Und dann sowas noch. Und man eigentlich dachte, kann man vertrauen. Dann später, dass meine Ex-Freundin mitbekommt, dass mir Schluss ist. Da hat sie mir mal geschrieben gehabt. Dann haben wir halt hinhergeschrieben. Ab und zu erst, weil ich sie gar nicht in Kontakt wieder aufnehmen. Seitdem haben wir dann regelmäßig telefoniert. Dann kam da wieder eins zum anderen. Ich vertraue ich da auch mehr. Statt mit seiner Ex-Verlobten ist Johnny nun also wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen. Mit ihr will er nun wieder an alte Zeiten anknüpfen. Von seiner Zelle aus. Das gibt mir schon Kraft, wenn man jetzt drinnen sitzt. Man weiß, man sitzt noch ein bisschen, aber man weiß halt, man hat draußen jemanden, der wartet. Und das ist dann schon ein Grund, mich zu ändern. Und wenn ich dann wieder Drogen nehmen würde oder sowas, dann wäre er auch wieder vorbei. Und dann fängt das ja alles wieder von vorne an. Johnnys Haftzeit könnte jedoch bald vorbei sein. Obwohl er zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt wurde und erst ein Jahr sitzt, sieht es so aus, dass er bald schon vorzeitig entlassen werden könnte. Wegen guter Führung. Für die Wiederauflage der Beziehung wäre das ein guter Start. Hafthaus 4, Wohngruppe 5. Hier sitzt Manuel, 22, und Hausarbeiter in seiner Wohngruppe, der sogenannten Piste. Seit über vier Jahren ist er hinter Gittern und hat noch nicht einmal die Hälfte hinter sich. Manuel ist ein verurteilter Mörder. Mit einem Strafmaß von fast zehn Jahren liegt er nach Jugendstrafrecht nur knapp unter der Höchststrafe. Seine kriminelle Laufbahn begann schon mit 13 als Ladendieb. Es folgten Einbrüche, Schlägereien und die ersten acht Monate Jugendknast. Als er wieder draußen war, überfiel er mit seinem älteren Bruder und einem Komplizen einen Mann in dessen Wohnung. Erst folterten sie ihn, dann brachten sie ihn um. Manuel war damals 17. Und da habe ich einen Stuhl genommen und habe den Stuhl, auf den seinen Rücken kaputtgeschlagen und habe gefragt, wo sein Geld ist. Weil er halt immer noch nichts gesagt hat, hat mein Bruder dann so eine Tischplatte genommen und hat die Tischplatte, auf den seine Beine fallen lassen und hat gesagt, wo ist das Geld. Hat die Tischplatte auch genommen und hat sie vor den Kopf geschlagen und so und hat weiter nach Geld gefragt. Weil das den dritten Mittäter, das so dumm war, hat er dann irgendwann den Fernseher genommen, der in der Schrankwand liegt und hat ihn halt mit dem Fernseher abgeworfen. Und da haben wir halt mitgekriegt, dass in seinem Fernseher lagen halt 25 Euro versteckt. Ja, die haben uns halt eingesteckt und sind erstmal verschwunden und haben uns davon halt was zu saufen gekauft. Das Opfer blieb hilflos sich selbst überlassen. Die Mordkommission ermittelte später, dass der Mann noch knapp 17 Stunden gelebt hatte. Zeit, die ungenutzt verstrich. Wegen der Kaltblütigkeit der Tat verhängte das Gericht hohe Haftstrafen. Manuel landete im Jugendknast, sein älterer Bruder im Erwachsenenvollzug. Der dritte Mittäter, der ist rausgekommen auf Bewährung durch Knochenkrebs. Da war er haftuntauglich. Der ist aber vor zwei Jahren gestorben. Bei der Chemotherapie ist er nicht mehr aufgestanden. Ich habe damals neun Jahre gekriegt, weil ich halt noch Jugendlicher war. Mein Bruder hat elf Jahre gekriegt als Erwachsener. Und seitdem habe ich dann hier. Manuel hatte schon vor der Tat immer wieder Ärger wegen Körperverletzungsdelikten. Von Mal zu Mal sank dabei seine Hemmschwelle. Bis er in einen regelrechten Blutrausch kam. Also die Polizei hat mir auch ein Bild von denen gezeigt. Ich dachte erst, dass wir hätten einen Scherz oder so. Aber dann hat mein Anwalt mir das halt auch alles gesagt. Dann hat man noch ein paar Bilder vorgelegt. Und dann ist das halt langsam in meinen Kopf gerasselt, dass wir den halt doch kalt gemacht haben, den Typ. Nach und nach wollen wir uns das eigentlich schon rückgängig machen. Aber kann man halt nicht ändern. Auch auf dem Gericht habe ich gesagt, es tut mir leid und alles. Das hat die Richterin auch in die Urteile mit reingezogen und alles. Deswegen hatte ich nur neun Jahre gekriegt. Eigentlich wollten sie mir mehr geben, aber weil ich mich halt entschuldigt habe und alles. Bei denen seiner Tochter und so, haben sie das berücksichtigt und dann sind runter auf neun Jahre gegangen. Seine Geschichte kennt hier jeder. Dass Mörder wie er wegen ihrer Tat von anderen Gefangenen besonders respektiert würden, hat Manuel nicht erlebt. Im Gegenteil. Viele Halbstarke versuchen, sich mit ihm zu messen. Manuel bleibt darum meist lieber abseits der Gruppe. Natürlich, wenn man so ein Fernseh mal sieht, wenn da mal was mit dem Mord passiert ist, denkt man, na, scheiße, so ein Scheiß, das ich selber abgezogen habe. Also es gibt Leute, die suchen deswegen Streit halt, weil sie denken, so ein Spinner guckt, der kann da so einen Kerl dort schlagen. Ja, es gibt halt viele Leute, die wollen sich mit einem anlegen, nur weil man die Tat begangen hat und so. Aber es ist mir eigentlich egal. Ich gehe meinen eigenen Weg hier drin und fertig. Trotzdem wird Manuel immer wieder selbst zur Zielscheibe für Gewalt. Zuletzt wäre eine Situation beinahe eskaliert. Da hat sich da mal kurz so eine Menschentruppe zusammengesammelt. Ja, bei uns stahl es eine Mauer auf und dann geht das ja ganz schnell. Und da haben die Beamten ja keinen Überblick drüber. Seit dem Vorfall kommt Manuel nur noch selten mit zu den Freihofstunden. Die Teilnahme ist schließlich freiwillig. Kein Gefangener muss mit ins Freie. Vom Gesetzgeber her stehen jedem 60 Minuten täglich zu. Es gibt jedoch viele, die aus Angst darauf lieber verzichten. Marco Bauersfeld ist Wachbeamter im Knast. Für gefährliche Situationen hat er von Berufs wegen ein Gespür. Wir haben hier immer so ca. 66 Gefangene im Hafthaus. Und wenn die natürlich alle auf den Freihof gehen, das heißt, da ist alles konzentriert auf einem Punkt. Und da kann es schon mal zu Situationen, zu Auseinandersetzungen kommen, zu Wortgefechten kommen. Das geht los beim Fußballspiel. Wenn da irgendwo mal keine Einigkeit in irgendeinem Spielzug zustande kommt, dann ist es ganz schnell, da haben sie ganz schnell mal eine Situation, wo immer ganz schnell mal eine Körperverletzung daraus werden kann. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir da immer genau hinschauen. Mord und Totschlag. Im Jugendknast sind diese Delikte seltener als im Erwachsenenvollzug. Die bundesweite Gesamtzahl aller minderjährigen Tatverdächtigen bei Tötungsverbrechen beträgt knapp 5%. Zurück im offenen Vollzug. Eigentlich herrscht hier Beschäftigungspflicht. Lukas und Florian aber haben sich nicht um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gekümmert. Dadurch verpassen sie eine Riesenchance auf dem Weg zurück in die Gesellschaft. Stattdessen sind sie jetzt nur Hofreiniger im Knast. Ich glaube, das ist ein geiles Wetter. 37 Grad. 37 Grad? 37. Da bleibst du am Bett liegen. Ist mir scheißegal. Dann wird es mir zu warm. Andere Jugendliche im offenen Vollzug verlassen tagsüber die Anstalt, um zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt zu fahren. Nicht so die beiden Kumpel. Ihr Radius beschränkt sich auf die wenigen Meter rund um den Knast. Na, immer ist dasselbe hier drin. Ich verzweifle jeden Früh aufs Neue. Das ist auch normal. Weil wir so eine scheiß Fange hier haben. Jetzt habe ich sie auch hier. Ich habe sie jetzt einfach aufgespießt. Also für den verübelst du Assi-Job. Ich werde draußen sowas nie machen, Alter. Für kein Geld der Welt. Wir irgendwelchen Müll von irgendwelchen anderen Leuten wegräumen. Kein Fall. Aber hier drin muss ich es ja machen. Ihr bleibt dann anscheinend übrig. Ich werde auch Geld verdienen. Ja, das ist halt fast ein Job. Das ist scheiße. Das ist auch kein, das kann man nicht dort nennen. Und auch nicht, was man da verdient. Ich warte halt nur darauf, dass ich halt was Ordentliches machen kann und nicht so einen Dreck da vorne. Hofarbeiter verdienen rund 1,30 Euro pro Stunde. Auszubildende oder Werkstattarbeiter im Knast bekommen dagegen fast einen Euro mehr. Vor seiner Haft hatte Lukas sogar eine Ausbildung begonnen. Dahin würde er am liebsten wieder zurück, wenn er entlassen ist. So, weg. Das reicht. Also ich will eigentlich Veranstaltungstechnik wieder machen. Gerüst aufbauen, Bühnetechnik, alles drum und dran, Festivals aufbauen. Ja, das kann ich auch nicht weiter, das darf ich nicht weitermachen. Wegen meiner Vorstrafen. Und deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich was anderes kriege. Einen verurteilten Straftäter wollte sein früherer Chef nämlich nicht zurückhaben. Jetzt ist es an Lukas, sich etwas Neues zu suchen. Hafthaus 3, geschlossener Vollzug. Am Abend gibt es zwei Stunden Freizeit für die Gefangenen. Aufschluss, auf geht's. Jetzt stehen alle Türen auf in der Wohngruppe. Die Jugendlichen nutzen die Zeit auf ihre Weise beim gemeinsamen Kochen oder Spielen. Von dem wachhabenden Beamten Marco Bauersfeld ist auch jetzt wieder Aufmerksamkeit gefordert. Meistens bleibt es friedlich, wenn die Jugendlichen wissen, was sie an ihrer Freizeit haben. Also ich sage mal so scherzhafterweise, der Aufschluss ist unseren Gefangenen heilig. Das ist die Zeit, die sie einfach miteinander haben und die ist am Tag wirklich sehr, sehr begrenzt. Und das ist dann wiederum im Umkehrschluss auch das Instrument, wo wir rangehen, wenn sich Gefangene nicht benehmen, wenn sie sich nicht wohngruppengemäß verhalten, beziehungsweise wenn sie von der Arbeit geflogen sind, von der Arbeit wieder mal irgendwelchen Blödsinn gemacht haben. Dann muss man dann auch sagen, okay, Spiegelungsgebot, wenn ihr nicht wollt, dann müssen wir natürlich auch auf der anderen Seite eine Bestrafung aussprechen. Und da gehen wir dann beispielsweise an die Aufschlusszeiten. Das Verbot zur Teilnahme an den Freizeitstunden gehört zu den am meisten gefürchteten Sanktionen im Jugendknast. Denn in der JSA Arnstadt sind die Gefangenen in Einzelzellen untergebracht. Auf acht Quadratmetern und ohne Aufschluss fällt einem da schnell die Decke auf den Kopf. Der 18-jährige Johnny kennt das Gefühl. Fast 14 Monate schon ist er hier im Knast. Jetzt steht seine Entlassung kurz bevor. Die Leute kommen und gehen halt. Man sieht oft hier zum Beispiel zur Piste, die Leute, die am Anfang, wo ich runterkam, da waren. Es ist eigentlich gar nicht mehr da. Es ist alles neu. Von daher, die jetzt da sind, gehen auch fast alle wieder. Aber übernächstes Woche kann ich auch gehen. Von daher ist es nicht mehr so schlimm. Johnny. Lange genug Zeit zu ihm gehabt. Johnnys vorzeitige Entlassung war für ihn selbst eine Überraschung. Eigentlich hätte er noch mindestens anderthalb Jahre sitzen müssen. Doch das Gericht hat den Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt. So bleibt Johnny weitere drei Jahre nach der Haft noch unter staatlicher Aufsicht. Durch seinen Bewährungshelfer. Ich freue mich auf jeden Fall. Allein schon gerade zu denken, übernächstes Woche Sachen zu packen. Und dann raus hier, nicht noch mal wiederkommen. Das ist schon geil. Freizeit hat im Knast vor allem eine soziale Funktion. Dass die Gefangenen sich untereinander austauschen, ist von Seiten der Anstalt gewollt. Denn dauerhafte Isolation ist schädlich für die Resozialisierung. Freizeitveranstaltungen, Projekte, Sportveranstaltungen, wo Gefangene in Gemeinschaft eine gewisse Kameradschaft entwickeln müssen. Das halte ich für ganz, ganz dienlich und ganz, ganz förderlich. Gerade auf die Gesamtproblematik, dass wir ja resozialisieren wollen. Und dafür als Instrument halte ich diesen Aufschluss, beziehungsweise überhaupt Freizeit in Gemeinschaft für ganz, ganz wichtig. Das gleiche gilt beim Sport. Jedes Hafthaus verfügt über einen Kraftraum. Muskelprotze sucht man jedoch vergebens. Hier geht es ums Auspowern. Von Seiten des Gesetzgebers stehen Ihnen dafür zwei Stunden Sport pro Woche zu. Zum Beispiel auch in Form von Fußball oder Leichtathletik. Musik 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 Heute, alles soweit klar, Entlassung, alles ordentlich einpacken, dann machen wir noch die Haftraumübergabe, gucken, dass alles in Ordnung ist, okay. Johnny darf die Anstalt heute verlassen. Bei ihm greift die sogenannte Zweidrittelstrafregelung, das heißt, das letzte Drittel wird ihm auf Bewährung erlassen. Erst seit gestern aber weiß Johnny auch mit Sicherheit, dass er heute wirklich gehen darf. Der rechtskräftige Entlassungsbescheid vom Gericht hat lange auf sich warten lassen. Heute ist richtig geil. Ich dachte eigentlich gestern, ich kann nicht schlafen oder so, wegen Aufregung oder so. Aber es ging eigentlich ganz gut schlafen. Und ich wusste aber bis gestern nicht, ob ich wirklich gehe würde, weil die Restkraft noch gefehlt hat. Aber kam gestern noch, geht seitdem. Johnny wurde wegen 88 Anklagen zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Zwei Drittel davon musste er insgesamt absitzen. Bislang hatte er noch offene Verfahren, deshalb kam für ihn eine vorzeitige Entlassung bislang nicht in Frage. Jetzt hat das Gericht die letzten Anklagen gegen ihn eingestellt. Darum darf er heute gehen. Richtig vorbereiten konnte er sich darauf nicht. Angst vor draußen habe ich mir überlegt. Ich saß jetzt ein Jahr, zwei Monate hier. Die Beamten haben eigentlich alles für ihn gemacht. Kommt früh durch Wecken, das Abend kommt bis vor die Tür gefahren. Sonst, wenn du ein Problem überrasst, schreibst du einen Antrag, kommt Schuldenberatung und alles her. Draußen musste ich ja komplett erleden, haben wir alles gemacht. Man gewinnt sich auch irgendwie dran. Und so schlecht ist es ja hier auch nicht. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Mauer im offenen Vollzug. Der 18-jährige Lukas will Wäsche waschen. Früher wohnte er noch bei seiner Mutter. Die Jugendlichen kümmern sich hier jedoch alleine um ihre Sachen. Learning by doing. Man lernt halt schon viel, dass man auf eigenen Füßen stehen muss. Zum Beispiel, was es ist, kommt man jetzt auch auf alles einzu, wie Wohnungssuche, Arbeit, drum und dran. Wer das vorher noch nicht hatte, der kennt das nicht. Aber dadurch, dass ich es vorher schon hatte, ist es halt nicht ungewohnt. Lukas sitzt bereits zum vierten Mal im Knast. Einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit draußen hat er nicht, weil er sich nicht drum gekümmert hat. Dabei will er unbedingt lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Denn der verurteilte Schläger und Dieb ist seit einem Jahr Vater einer Tochter. Ich kann mich schon noch daran erinnern, wo ich das erste Mal einen Arm gewonnen habe, das war im Kreis halt. Das ist halt ungewohnt, so ein ganz kleines Lebewesen auf dem Arm zu haben. War halt schon ein schöner Moment. Es ist auch was anderes, da denkt man gar nicht drüber nach, irgendwie Scheiße zu bauen. Wenn man dann weiß, okay, das heißt, was Vorbild sein muss, wo man drauf aufpassen muss. Irgendwie hat es auch nicht ganz funktioniert. Kurz nachdem Lukas seine Freundin kennengelernt hatte, wurde sie schwanger. Die Geburt ihres Kindes konnte er gerade noch in Freiheit erleben. Im Knast sah er die beiden nur selten. Jetzt, gut zwei Monate später im offenen Vollzug, kann er mehrmals pro Woche raus und sich mit ihnen ein Familienleben aufbauen. Ja, ich glaube schon deshalb, dass ich nicht mehr herkomme, weil ich jetzt halt Kind habe, eine Frau, halt eigene Wohnung und Arbeit. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall ein geregelter Alltag sein. Mit arbeiten gehen, abends nach Hause kommen, essen, Fernsehen gucken vielleicht noch ein bisschen. Und dann ab ins Bett. Anders geht's nicht. Am früh aufstehen, wieder zur Arbeit gehen, Wochenende mal zur Familie, also zur Mutti oder so. Grillen gehen, keine Ahnung. So stelle ich mich das auf jeden Fall vor. Bislang hat Lukas noch keine Idee, wie er seine Familie ernähren will. Statt sich darum zu kümmern, macht er im Knast lieber eine einfache Arbeit, die ihm aber keinerlei Perspektive bietet. Na ja, ich teile mir das so ein, dass ich halt dann noch über die Woche was zu tun habe und nicht gleich alles sofort auf einmal mache. Dass ich halt so Schritt für Schritt arbeite. Keine Ahnung, mal hier vielleicht eine halbe Stunde ein komplettes Feld, dann drinnen mal was. Sodass halt abwechslungsreich ist. Dass halt auch nicht langweilig wird. Mindestens 90 Tage muss Lukas noch bleiben. Erst dann wird sich entscheiden, wie es nach seiner vierten Haftzeit weitergeht. Hafthaus 3. Hier darf der 18-jährige Johnny heute gehen. Nach 14 Monaten hinter Gittern. Und? Aufgeregt? Ja, sehr aufgeregt. Nervös, gell? Dann geht's dann weiter in Freiheit. Na dann erstmal nach Erfurt fahren, Klamotten und sowas noch holen. Ja, und dann arbeitsmäßig? Wie ist so der Plan? Auf 1.10. fang ich an. Ausbildung? Nee, erstmal noch nicht. Ich muss jetzt Bewerbung schreiben. Dann fang ich wahrscheinlich, wenn es klappt, eine Ausbildung noch an. Als Schlosser dieses Jahr. Na ja, wenn sie sich so verhalten, wie sie sich hier benommen haben. Und ihr Potenzial nutzen, was sie sich hier erarbeitet haben. Dann sehe ich mal, haben sie eine gute Chance draußen. Also dann rechne ich ihnen eine gute Chance aus. Finger weg von Drogen. Und dann denke ich mal, dann geht das in die richtige Richtung, so wie sie es wollen. Ja, als der Johnny hier ankam. Es war natürlich für ihn auch ein langer Weg hier bei uns. Und teilweise auch ein harter Weg. Er hatte gerade so im Anfangsstadium, als er in die Jugendstrafanstalt kam, doch damit zu kämpfen, zum einen mit Entzugserscheinungen. Zum anderen war er doch sehr labil. Das heißt, wir mussten ihn dann auch vorübergehend erstmal unterbringen in der sogenannten Schlichtzelle. Und es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis er dann hier auch erstmal zurechtgekommen ist. In den ersten Wochen im Knast fiel Johnny immer wieder wegen seiner Aggressivität auf. Zur Beruhigung wurde er in die Schlichtzelle gesperrt. Ein Raum mit festgeschraubten Möbeln, ohne Fernseher, dafür mit Kameraüberwachung. Seit damals aber hat Johnny sich verändert. Moin. Hallo. Moin. Na? Alles fit? Na klar. Nachdem Johnny seine Drogensucht überbunden hatte, änderte sich sein Verhältnis zum Knast und er fand hier drinnen sogar Freunde, wie den 19-jährigen Julian. Er soll Johnnys Nachfolger als Hausarbeiter werden. Schreibst du mir, wenn du rauskramst? So. Na und so hab ich ja. Adresse kennst du ja auch. Ja. Jetzt kriegt man an. Normalerweise gibt's ja eine Einarbeitungszeit für den nächsten Hausarbeiter. Haben wir gestern noch die Wäsche gemacht alles. Und sonst will's ja alles. Schmied und Sophie ist ja wirklich nichts zu tun. Da geht's dann noch. Da freust du dich schon auf erste Nacht mal wieder in einem ordentlichen Bett? Und das sowieso. Wenn du überlegst allgemein neue Klamotten so wieder. Schwartklamotten. Wenn du überlegst hier, da hat die Sachen ja mindestens schon hundertmal angehabt. Und da keine Ahnung wie viele Leute. Das ist schon geil. Schauen wir mal in Kudor. Hallo und Chef. Willst du dich hier nicht wieder sehen? Nee, Digga. Diesmal nicht. Zweimal hat gereicht. Dann ist die Zeit gekommen, die Zelle zu räumen. Am liebsten würde Johnny all seine Sachen hier lassen. Denn Andenken an den Knast bringen angeblich Unglück. Was hier also gesagt wird, so sollst du keine Fenster putzen, weil da kommst du wieder. Und wenn du vorne vorne stehst, sollst du dich nicht umdrehen und dann nochmal zurückgucken. Das sollte man nicht machen, das sollte man irgendwie wiederkommen. Aber ja, ich glaubst nicht so dran. Auf den heutigen Tag hat sich Johnny lange gefreut. Mit seinem alten Leben will er endgültig abschließen. In Gedanken ist er bereits mit einem Fuß draußen. Noch zwei Stunden, dann ist es soweit. Neuanfang Für ein Neuanfang Es ist nie zu spät Für ein Neuanfang Freuen tue ich mich auf jeden Fall schon. Wenn ich dann sehe, da ist die Tür, wer geht's auf? Dann tschüss. Das wird mich schon mal geil. Mal aus dem Fenster gucken, wo nicht so kleine Gitter davor sind. Ohne Fuß jetzt so eine Handschelle. Kein Begleiter ist mehr dabei. Wird schon gewonnen. War auf jeden Fall geil. Haus 4, Zelle 025. Von seiner Entlassung ist der verurteilte Mörder Manuel noch Jahre entfernt. Die bisherige Zeit hinter Gittern hat er jedoch genutzt und eine Ausbildung in der Knastküche absolviert. Danach musste er jedoch Platz für andere machen und wurde Hausarbeiter. Inzwischen denkt er bereits wieder an die Freiheit. Also rauskommen würde ich auf jeden Fall wieder, so schnell wie möglich. Aber man muss ja erst mal seine Zeit hier drinnen abhucken. Man hat ja auch seine Scheiße gemacht, also dafür muss man auch gerade stehen. Bei dem Mord, für den Manuel verurteilt wurde, hatte er 2,1 Promille Alkohol im Blut. Dafür musste er im Knast eine Entzugstherapie machen. Manuel war Komasäufer. Mit 14 die erste Alkoholvergiftung. Sie hätte ihn fast das Leben gekostet. Das war halt echt kritisch, wie der Arzt gesagt hat. Dann war ich wohl 5 Minuten klinisch tot. Aber das war mir eigentlich damals egal. Bin dann wieder feiern gegangen an den gleichen Abend, wo ich wieder rausgegangen bin. Also damals war es echt schlimm. Statt ins Gefängnis wollte Manuel eigentlich lieber in ein Suchtkrankenhaus, um sich vom Alkohol zu befreien. Darauf aber ließen sich die Richter nicht ein. Stattdessen bekam er fast 10 Jahre Jugendhaft. Die Höchststrafe. Das war, weil ich eigentlich Therapie statt Strafe machen wollte. Aber Paragraph 64 sind halt nur 2 Jahre Maßregel. Und da würde ich halt drüber gehen über die 2 Jahre. Deswegen konnte ich halt keine Therapie machen statt Strafe. Therapie statt Strafe ist jedoch nur möglich bei Haftstrafen von bis zu 2 Jahren. Das Gericht verurteilte Manuel aber als Mörder und nicht etwa als Totschläger. Die Gründe, die Brutalität und das niedere Motiv der Tat. Die haben uns ja auch in der Bild-Zeitung so, haben sie uns ganz schön blöd dastehen lassen halt und so. Haben sie uns die Glatzenmörder aus Früh genannt, weil wir damals halt alle 3 in der Glatze hatten. Und ich habe mich auch mit meinem Anwalt darüber informiert und zu fragen, ob ich dagegen irgendwas machen kann. Und er hat gesagt, wir können da groß dagegen nichts machen. Das ist halt das, was die ganzen Mal schreiben. Und so musste ich das halt hinnehmen. Die Psychologen attestierten ihm eine sogenannte schwere Persönlichkeitsstörung. Manuel muss deswegen bis heute verschiedene Therapien machen. Beim leitenden Knastpsychologen Jürgen Tucher zum Beispiel bekommt er Einzelsitzungen. Heute geht es um seine Familie und die Vorgeschichte zum Mord. Wir haben uns heute ja verabredet, um mal uns ihre Familie anzuschauen. Und zwar die Familie und alle Beziehungspartner, die wichtig sind als Tierfiguren. Und die hier auf dem Brett so zu verteilen, dass durch die Räumlichkeit und die Nähe da auch eine Beziehungsstruktur dann sichtbar wird. Ich würde mal empfehlen, dass Sie mit sich selber anfangen. Wohin? Das ist egal. Das ist jetzt Ihre Entscheidung, wie Sie das gruppieren möchten. Warum haben Sie für sich den Tiger gewählt? Ein Tiger ist halt ein starkes Tier. Er ist halt sehr gerne allein unterwegs. Bin ich ja hier drin auch. Während der gesamten Sitzung meidet Manuel den Blickkontakt mit dem Psychologen. Jürgen Tucher ist Verhaltenstherapeut und kennt das. In seinen Therapiestunden sollen die Gefangenen nicht nur ihre Tat hinterfragen, sondern sich auch mit unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen. Heute geht es ihm darum, herauszufinden, wie Manuel sein familiäres Umfeld sieht. Denn wenn ein 17-Jähriger wie er zum Mörder wird, spielt die Familie eine entscheidende Rolle. Wen möchten Sie als Nächste steuern? Ich nehme meine Mama. Ich nehme den Elefanten. Meine Mutter zur Zeit macht ja alles alleine. Meine Eltern haben sie jetzt getrennt. Mhm. Meine Geschwister sind jetzt bei meiner Mutter. Und der Elefant ist ja sehr familiebezogen. Mhm. Hat sehr mit dem Rudel zu tun und alles. Wo ich noch draußen war, sollte ich ja auch so eine Aggressionstherapie machen. Und da hatte ich ja auch mit so einem Psychologen zu tun. Und der hat mir halt diese Frage auch gestellt. Aber ich sollte es halt aufmalen hier mit Buntstiften und so einen Scheiß. Und da habe ich denen halt vor den Kopf geworfen, was das der Scheiß soll. Ich bin doch hier nicht im Kindergarten und bin gegangen. Aber wo ich halt gesehen habe, dass die das hier drinnen halt auch machen. Also finde ich, dass das halt doch so dazugehört und so. Natürlich ist es zunächst mal spannend, welches Tier wird für wen gewählt. Weil Tiere haben natürlich immer eine bestimmte symbolische Bedeutung. Stark wie ein Löwe, feige wie eine Schlange, friedlich wie eine Taube. Das sind ja klassische symbolische Bedeutungen. Und dann natürlich auch solche unbewussten Sachen, dass die Blickrichtung zum Beispiel, dass diese ganze mütterliche Seite ihn nicht ansieht, das hat er ja unbewusst gestellt. Das war ja nicht bewusst. Aber wir glauben eben, dass es keine Zufälle gibt. Wenn man sich die Familie so anschaut, da stehen aber ganz schön viele Tiere, die sich eigentlich in Wirklichkeit nicht verstehen. Katz und Maus, Katz und Hund. Aber es passt halt alles irgendwie. Macht man mit einem großen Bruder würde. Das ist der Mithäter, ja? Das ist mein Mithäter, ja genau. Einer davon. Ich nehme den Ei. Ich hatte zurzeit keiner Kontakt zu denen. Manuel ist ein schwieriger Patient. Auf emotionaler Ebene scheint er kaum erreichbar. Seine Mordtat gehört außerdem zu den härtesten Fällen, mit denen es der Gefängnisterapeut im Jugendknast zu tun hat. Ich war auch von der Tat erschrocken und auch von der Vorgeschichte und auch von dem Tötungswillen, der dahinter steckt und von der Sinnlosigkeit. Das hat mich schon erschrocken und er war auch eine Zeit lang in der Gewalttätergruppe. Und das war auch so ein Fall, wo zum Beispiel dann die Straftaten ausgemalt wurden und wo ich bremsen musste, weil die Gruppe auch in so einem Blutrausch dann kam. Also Gewalttäter sind grundsätzlich stolz auf ihre Delikte. Sie sagen, das war ein fairer Zweikampf und ich habe halt gewonnen und malen das dann noch aus. Und am schönsten ist, ich habe gegen drei gewonnen, ganz allein. In Wirklichkeit ist es aber oft umgekehrt. Drei Täter machen sich an einen Geschädigten ran. So wie in Manuels Fall. Obwohl er zum Tatzeitpunkt erst 17 war, bekam er fast zehn Jahre Jugendhaft für einen Mord. Er hofft jedoch, dass er trotzdem vorzeitig entlassen wird. Ob es so kommt, hängt nicht zuletzt vom Urteil des Psychologen ab. Bei gefährlichen Straftatern, bei Tötungs- und Sexualdelikten wird oft ein Gutachten vorgeschaltet. In manchen Fällen macht das ein externer Gutachter, der dann sagt, kann raus oder nicht. In manchen Fällen mache ich es auch selber. Da gibt es Checklisten, da gibt es Methoden, um das festzustellen. Und ich muss auch sagen, wir sind auch Lebensretter. Also viele Jugendlichen, die ehrlich sind, sagen, ohne Knast wäre ich jetzt tot im Bahnhofsklo mit einer Spritze. Ihr habt mich vor der Drogensucht, ich wäre ein Drogentoter, wenn ich jetzt nicht in den Knast gekommen wäre. Oder ich hätte mich tot gesoffen, wenn ich jetzt nicht in den Knast gekommen wäre. Wir retten eigentlich auch oft Leben. Wir schützen die Leute eine Zeit lang vor sich selber. Und wir schützen die Öffentlichkeit eine Zeit lang. Wir schaffen einen Schutzraum, in dem Therapie erst möglich wird. Für Manuel ist die Haft in erster Linie eine Strafe. Ob sie auch eine Chance für ihn ist, wird sich zeigen, wenn er wieder rauskommt. Noch aber hat er fast fünf Jahre vor sich. Also ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Egal, was er gemacht hat. Natürlich auch ein Mörder. Abgehalten ist es bestimmt nicht. Das bleibt auch weiterhin, auch wenn ich aus dem Knast rauskomme, bleibt das bestimmt ein Teil von meinem Leben. Weil ich ja damit immer wieder mal konfittiert werde. Arbeitsgeber, Bewährungshelfer. Und so, das werde ich ja bestimmt alles kriegen. Ich werde auch meine verschiedenen Auflagen kriegen nach dem Knast. Und das wird immer ein Teil von mir bleiben. Also ganz abhaken kann ich die Sache bestimmt nicht. Im Haus 3 endet dagegen heute eine Haftzeit. Johnny und sein Kumpel Julian haben sich zu einer letzten Zigarette zurückgezogen. Im Gespräch dreht sich alles um Johnnys baldige Freiheit. Julian hat noch sechs Monate vor sich. Das ist das Schlimmste hier, ja. Wenn man sich gut mit jemandem versteht, dann geht der vor einem. Und man muss dann noch Ewigkeiten warten. Und dann kommen wieder neue. Und wer weiß, ob man sich mit denen versteht. So, ich würde jetzt gerne die Haft haben. Übernahme machen wir mit Ihnen. Ja, machen wir. So, schauen wir mal. So, als erstes. Ihr Habe. Die Wäsche ist vollzählig im Korb, ja? Ja. Gewicht haben Sie? Ja, sauber ist es. Weil er lange Zeit als labil und sogar suizidgefährdet galt, bekam Johnny die einzige Doppelzelle der Wohngruppe, zusammen mit einem Gefangenen, der aber längst entlassen wurde. Johnny durfte bleiben. Die geräumige Zelle will er jetzt an Julian vererben, seine Nachfolger als Hausarbeiter. Alles so weit wie geht. Sehr vorbildlich, ja. Okay, dann können wir da eintragen. Keine Mängel. Dann bekomme ich noch eine Unterschrift von Ihnen. Und dann haben Sie das schon mal abgeschlossen. Als Johnny vor über einem Jahr in die Anstalt kam, eckte er wegen jeder Kleinigkeit an. Vor allem, weil er sich nichts sagen lassen wollte. Wenn man das erste Mal reinkam, war schon komisch. Weil ich wusste ja noch nicht, man hat ja von draußen gehört immer, wie schlimm ein Knast sein soll. Ja, was wir aus dem Fernsehen kennen, ja, es gibt noch Brot und Wasser. Aber das hier kann man schon ein Hotel nennen, ja. Weil man kriegt wirklich alles, man hat ja eigentlich alles. Der Anstalt lässt schon was einfallen, wir haben mit den Therapien alles was machen können. Ja, auch ein Dicker. Wir sind jetzt draußen. Ja, auch. Ich melde dich, ich vergesse dich. Magisch. Ja, auch. So, das letzte Mal, ja. Gucken Sie doch mal. Ja. Jetzt schon mal raus. Eine Grundgruppe. Ja. Ein letzter Blick, an wie geht's? Nicht schnapp machen. Ja. Ja. In der Kleiderkammer der Haftanstalt lagern alle privaten Sachen, mit denen die Häftlinge eingeliefert wurden. Seit seinem ersten Tag hat Johnny darauf gewartet, wieder seine eigenen Sachen zu tragen. Ich glaube, das passt noch, ja. Zum Glück. Er kriegt seine Sachen der persönlichen Habe, das heißt das, was im Wertbeutel verstaubt war, wertvolle Gegenstände, wie zum Beispiel das Handy, seine Brieftasche, der Personalausweis, ganz wichtig, das wird ihm hier ausgehändigt. Das kann er soweit mitnehmen, das Handy behalte ich bei mir, weil wir ja immer noch im Gefängnis sind, in der Anstalt sind und somit immer noch Handyverbot herrscht. Und das bekommt er dann von mir am Ausgang ausgehändigt, ganz zum Schluss. Außerdem bekommt Johnny noch ein handliches Paket überreicht. Darin seine Post und andere persönliche Dinge aus der Zelle. Johnnys gesamter Besitz nach 14 Monaten Jugendknast. Danke. Tschüss. Johnnys Haftzeit endet heute, nach 433 Tagen. Das entspricht fast genau dem Durchschnitt der Jugendstrafanstalt. Mit 17 kam er hierher. In der Haft wurde er 18. Damit gehört er zu einer Minderheit, denn die meisten sind bereits über 18, wenn sie hier landen. Bis zum Ende des 24. Lebensjahres können die Gerichte noch Jugendstrafe verhängen. So, 50, 1, 50, 2. Johnny bekommt den restlichen Arbeitslohn und seine Entlassungspapiere. Dann geht es zum Abschlussgespräch beim stellvertretenden Anstaltsleiter Jörg Bursian. Morgen, kommen Sie bitte rein. Sachen können Sie mal kurz hinstellen. Heute ist Tag der Tage. Endlich. Sie werden ja vorzeitig entlassen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, Bewerbung. Sie sind belehrt worden über die Bewährung. Ansonsten sind Sie ja hier relativ gut zurechtgekommen. Sie haben ja zuletzt als Hausarbeiter gearbeitet. Ja, ja. Irgendwelche Probleme mit dem Beamten oder so. Gab es ja ein paar kleinere Sachen so in der Anfangszeit. Ja, Anfangszeit, ja. Aber dann haben Sie ja eine ganz gute Entwicklung gemacht, seit Sie da als Hausarbeiter arbeiten. Sodass wir letztendlich auch Ihre vorzeitige Entlassung da befürworten konnten. Okay, dann alles Gute. Danke. Im Schnitt wird hier jeden Tag ein Häftling entlassen. Nicht alle freuen sich darüber. Manchmal haben die Jugendlichen auch Angst vor der Freiheit. Ja, das ist natürlich für die Jugendlichen immer ein Ereignis, wenn sie entlassen werden. Wie sich die Jugendlichen fühlen, hängt natürlich davon ab, wie lange sie bei uns gewesen sind. Und je länger, umso größer oder bedeutsamer ist der Schritt sicher auch für die Jugendlichen. Und das ist so die Gelegenheit, wo sowohl wir als auch die Jugendlichen wahrscheinlich diese Zeit nochmal reflektieren. Und insofern dann auch die Emotionen und Gefühle da zum Tragen kommen. Johnnys Strafakten sind voll von Anklagen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Damit befindet er sich in schlechter Gesellschaft. Denn sie gehören zu den Top 5 der häufigsten Delikte bei jugendlichen Straftätern. Außerdem ließ Johnny sich in der Vergangenheit immer wieder zu Schlägereien provozieren. Deshalb musste er im Knast ein Anti-Aggressionstraining machen. Ich denke schon drauf drüber nach, was dann wird, wenn ich draußen bin. Ich denke mal schon, dass ich das irgendwann lernen kann zu kontrollieren. Weil muss ja. Und draußen, wenn dann irgendwie mal bei der Polizeikontrolle oder sowas, was irgendwas nicht passt. Wenn ich dann irgendwie dumm komme oder so zuschlage, bin ich ja wieder hier. Hab schon nichts gekonnt. Geht schon in die Düse irgendwie, ja. Aber freue mich schon richtig, jetzt gehe ich raus. Dann weg hier. So, vorletzte Tür. Ja, dann haben sie es geschafft. Johnnys letzte Minuten in Haft. Draußen wartet bereits seine Mutter. Eine Tür noch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Beherzigen Sie das, was Sie sich vorgenommen haben. Machen Sie was draußen, das ist Ihr Leben. Ja. Hier bekommen Sie ein Handy noch von mir. Und dann geht es ab durch diese Türen die Freiheit. Alles Gute. Danke. Na ja, wie nah lasse ich das an mich ran. Ich meine, es ist eigentlich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Wir haben hier versucht, das Bestmögliche mit ihm zu erarbeiten. Er hat viele Sachen genutzt. Er hat auch eine ganze Zeit gebraucht, bis er dahinter gekommen ist, dass er Hilfe annehmen muss. Er hat dann diese Hilfe angenommen und letztendlich was für sich hier machen können. Nun liegt es am Ende, wo er was draus machen kann. Oh, wobei. Nach 433 Tagen Gefängnis ist Johnny frei. Trotz aller Enttäuschungen hat seine Mutter immer zu ihm gehalten. Bei ihr wird er ab heute auch wieder wohnen. Ich finde es, also in meinen Worten, ich finde es saukool, dass er wieder da ist. Ein bisschen Angst vor der Zukunft, wie sich es gestaltet. Aber ich denke, wir kriegen das in den Griff. Ich weiß, wir kriegen das in den Griff. Er muss mit meiner Hilfe lernen, jetzt draußen zurecht zu kommen. Ansonsten gibt es einen dritten Arsch. Mir geht es gerade richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Aber es ist richtig geil. Erstens kommen wir wieder in Freiheit, ohne Fußwissen, ohne Handstellen, ohne Beamten. Wir planen dann ab 1.10. noch eine Lehrstelle jetzt. Dann fange ich eine Lehrstelle an. Dann muss ich das alles nicht mehr sehen. Auf Johnny wartet jetzt eine Menge Arbeit. Noch heute muss er sich mit seiner neuen Adresse anmelden. Dann zum Bewährungshelfer, zur Sucht und zur Schuldnerberatung. Seine Vergangenheit lässt ihn nicht so schnell wieder los. Seine Zukunft hat gerade erst begonnen.